hallo und ein herzliches Willkommens zu einer neuen Folge von Minecraft Interactive und heute habe ich ja gedacht, mag ich mal damit weiter, weil ich letztes Mal aufgehört habe. Ich muss euch sagen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, denn es ist ein bisschen Zeit vergangen und ja, ich nehme das hier gerade wieder im Voraus auf, also wenn ihr das jetzt gerade seht, kommt sozusagen morgen für mich die allererste Folge von Minecraft Interactive raus und ich habe mir gedacht, ich mache, ich produziere jetzt schon mal so ein bisschen vor, dass es vielleicht nicht immer so ganz tagesaktuell ist und das also eventuell, keine Ahnung, Folgen snipen oder so verhindert wird. Ich muss allerdings mal schauen, wie viel ich das in Zukunft mache, vielleicht werde ich das auch ziemlich tagesaktuell machen. Ja, aber gut, mache ich erstmal damit weiter, weil ich letztes Mal angefangen habe und wie ihr seht, Sachen sind nicht weitergemerksam, das heißt, war wahrscheinlich keiner so richtig auf dem Server gewesen und das sollte ich jetzt durch dieses Projekt mal ändern. Kommt das auf den Server, spielt mit, die IP ist hier rechts am Bildschirm eingeblendet. Steht ja nicht die ganze Zeit da, wenn ihr auch auf dem Server seid. Waffenmeister.ddnss.de. So, gut, jetzt aber mal, ähm, ja, gucken, was ich hier alles mache. Also, wir haben hier schon mal Full Iron, Irons Spitzhacke, da haben wir, da haben wir ein bisschen Essen drin, sehr gut. Ähm, hier haben wir auch Glas. So, was haben wir hier? Äh, so tief ist das Ganze mal ein bisschen. Hier Leder, Knochen, Stigis, das. Das hier, da haben wir hier noch einen Wassereimer. Das können wir zu den Dingssachen zu den Naturgraamsee-Zeug tun. So, hier haben wir alles, was ein Plöcken ist und da haben wir unsere Naturgraamsee-Kiste. So, gut, dann würde ich mal sagen, hm, ich brauche Holz. Gut, Holz habe ich hier schon ein bisschen was, ein Eichenholz. Hm. Ist ja letztlich die Frage, was für Holz ich nehmen soll, ne? Soll ich Eichenholz nehmen oder soll ich was anderes lieber nehmen? Hm. Mit Eichenholz sieht's irgendwie so Standard aus, oder? Ich glaube, Steine brauchen wir noch am meisten, ja. Bruchstein. Ich glaube, halb. Ich glaube, da geh ich noch mal fahren. Ich glaube, da geh ich noch mal fahren. So. Machen wir das mal so. Dann. Ups. So, perfekt. Dann haben wir das ganz einfach so. Gut. Und woop. So, und einmal zeig ich die Fahrwelt. Hm, hier geht grad die Sonne unter in der Welt. Zum Glück habe ich Essen eingepackt, ne? Gut. Schwert hätte ich mir vielleicht mal können. Oh, mein Neues. So, ich weiß grad gar nicht, ob wir... Waren wir schon... Ich glaube, wir waren schon bei dem, äh, Villager drauf gewesen. Wir hatten es einmal gefunden. Aber ich glaube, wir hatten es dann auch schon mal kurz zu erkunden. Ich glaube, da war nichts, oder? Schauen wir vielleicht noch mal tatsächlich halt nach. Hm. Okay. 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 Warte, dann nehmen wir hier mal den mit. So. Oh. Oh, pfff. Ich könnte jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wann mein erster Tod ist. Jetzt sind das, äh, Killerkarnickel, die mich angreifen, zack, dort. Das wär's jetzt gewesen. Das wär's jetzt gewesen. Bin's hör ich ja nur. Kracht es da jetzt ein? Seit wann, seit wann kracht es nicht mehr ein, wenn man drüber läuft? Okay. Gut, äh. Oh, ist da oft da hinten. So. Einmal da rüber watschen. Da gibt's glaube ich auch, äh, äh, war da nicht dieses Darko gut drauf gewesen? Ja, ist nix okay. Nicht, dass wir da jetzt überrascht werden und zack, dort ist. Hm, hm. Gut. Toll, äh, Kohle kann man immer gebrauchen. Das ist gut, dass hier jetzt so offen lag. Dass es auch so viel Gleichzeitiges. So. Ups. Und zack, hoch. Sehr schön. Ich glaub, hier gab's ja keine Bücher oder sowas, ne? Schade. Schade, schade, schade. Hier gibt's halt einfach nix, ne? Hier gibt es nix. Schade, 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 schade. Und zack. und zack nein zack gut laufen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter in die Richtung ich mein wenn wir uns da laufen ist nicht schlimm so wie in den alten Projekten weil wir kommen immer zurück oh 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 lava so ist immer gut so ein Lava einmal zu haben so was gibt es denn hier so Steppe was gibt es denn da so oh das ist so ich glaube da gehe ich mal hin so zu zack zack ich lebe da falsch mal hin So. Und... Ups. Oh Gott. Das darf nicht passieren an der Vorsehe. So. Ich muss mich wieder umgewöhnen, das wäre eine andere Taste. Da bin wir gerade so in die Steuerung für ein anderes Spiel im Kopf. Für Arma 3. So. Okay. So. Stirb Schweinchen. Komm, stirb Ethka. Nein. 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 So. Ah, Pilze. Kann man auch mal mitnehmen. Pilzbiom. Habe ich noch nie gefunden in Minecraft. Ich kenne es von Motze, ja? Aber. Habe ich leider noch nie gefunden. Noch nie. Okay, mal einen großen Pilz oder das habe ich schon mal gesehen. Aber das ist ein richtiges Biom. Das würde ich auch mal gerne finden. Meint ihr, wir schaffen das hier in dem Projekt? Das ist ein richtiges Pilzbiom. Das wäre geil. Ich glaube, da ist eine Schaufel besser, oder? Ich wollte ja so ein bisschen Stein. Und zack, zack. Perfekt. So. Dann. Ich brauche mir das mal auf. Das mal auf, denn es wird gleich dunkel. So, dann mache ich mir noch mal das hier. Eigentlich würde ich das so machen. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen. Alter. Auch nur Regen, bitte nicht. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal. Okay. Dann würde ich sagen. Wow, man sieht da fast gar nichts in der Aufnahme jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Und wir sehen uns schon wieder morgen. Also bis dann. Macht's gut. I have my thought. Ciao, ciao.